Paul und Paula möchten einkaufen fahren. Die schönsten Geschäfte gibt es jedoch in der Innenstadt. Doch leider gibt es dort kaum Parkplätze. Schon seit 20 Minuten fährt Paul mit seiner Liebsten durch die Stadt auf der Suche nach einem Parkplatz. Und Paula denkt nur ans Einkaufen! Wie können die zwei schnell einen Parkplatz finden, wo kaum welche verfügbar sind? Auf einmal kommt Paul die rettende Idee. Pling! Der Parkplatzfinder. Einfach App, kostenlos auf dein Smartphone installieren, Standort suchen, Parkplatz anzeigen lassen, anklicken und schon wird man zum nächsten Parkplatz navigiert. Am Ende sind alle glücklich. Und die Beziehung von Paula und Paul ist gerettet. Jetzt kann geshoppt werden. mit der Schicks fixaten. Jetzt kann man mit einerucke Anlage way sich auf einem Plan volta